Yo, Hi Leute, hier ist euer Messerkanz und mein Name ist Raphael und ja, willkommen zu einem anderen Video, ja, ich lasse ich mal ein Video abspielen von Kuman90210, der ein oder andere kennt bestimmt, er macht auch noch die Videos und ja, es wäre geil, wenn ihr ihm mal eine Chance geben würdet und auf seinen Kanal gehen würdet, ja, der, ähm, äh, der Link zu seinem Kanal ist auch in der Beschreibung und, yo Leute, bis zum nächsten Mal, ciao und viel Spaß beim Ansehen des Videos. Was geht denn, Breis, hier ist euer Kuman, ne, ich bin mal ein 10 und willkommen zu einer neuen Folge von Lostale. Wie ihr hört, ich habe ein neues Mikro geholt, war auch schon ziemlich teuer, hier ist es von Samsung, also nicht von Samsung, sondern von Samsung und ja, ich kündige hiermit mein kleines 300 Abonnenten-Special an, es kommt vielleicht auch schon vorher, nämlich eine, eine, eine Community-Fam, also eine Fam, wo eben nur Abonnenten drin sind und Leute von meiner Community und ich finde, LIT, Akt 4, ähm, Arena, alles mögliche Fam, also da, da, können auch Leute wirklich alle Regen rein und ich mache sie zusammen mit Nette, also ich zeige es euch mal hier, hier ist Nette, also sie ist schon richtig OP, finde ich, also da, habe ich schon Glück, dass ich sie mal zufälligerweise getroffen habe, und, ähm, wie ihr seht, ich habe schon kräftig vorgearbeitet, nämlich, ich habe den, ähm, der G-Plus 11, bin jetzt ja bei 49, äh, ich meine 59, sorry, habe ja schon relativ gutes Equipment, also jetzt, jetzt eigentlich das gleiche wie vorher, aber ich habe hier noch den Stab, den ich mit anziehen werden kann, werden kann, heißt das so, ja, ich denke mal schon, ähm, ähm, ich habe hier noch den Ice-Plus 9, den Ice-Match, hier, sorry, ups, das hat weggeklickt, den Ice-Match-Plus 9, also hier, den benutze ich eigentlich für IDT und sowas, hier ist noch der gute alte Holy, der bleibt für immer hier, also wie der Kleine hier, und dann würde ich mal sagen, ne, habe ich noch was anzugehen, ja, so, es wird eine, ähm, Community-Fan geben, das heißt für Abonnenten, die Aufnahme kriterieren, die sage ich euch jetzt mal, sorry, also ich bin es noch nicht gewohnt, mit so einem Stand-Mikrofon zu reden, nämlich, also Equipment 6 plus 5 reicht eigentlich locker aus, ähm, Spaß am Spiel ist, äh, es ist echt das Wichtigste für mich, also, es ist wirklich Spaß am Spiel, egal, ob ihr, äh, Level 35, 45, 80 seid, das hat einfach Spaß am Spiel, und wenn ihr Spaß habt, habe ich auch auf jeden Fall Spaß, und ja, ich würde mal sagen, dann beenden wir auch die Folge, ich will jetzt nicht noch am rumquatschen, und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, also, ich denke, meine nächste Folge kommt sogar heute raus, das wird eine IDT-Folge, und ja, dann noch viel Spaß, und ciao.